Hallo, mein Name ist Ilga Pohlmann und du hörst hier den Freie-Essen-Podcast. Ich bin Coach für emotionales Essen und Zuckersucht und ich berichte hier über meine Erfahrungen zu diesen Themen. Herzlich Willkommen. In der letzten Folge hatte ich ja schon über eine der Eigenschaften geredet, die Menschen mitbringen, wenn sie bei mir in meinem Programm landen. Also natürlich nicht jeder, aber es ist halt so eine typische Eigenschaft, die ganz häufig auftritt und das war in der letzten Folge der Perfektionismus. In dieser Folge möchte ich über eine andere Eigenschaft sprechen und das ist Hochsensibilität. Ein Thema, das in den letzten Jahren doch ein bisschen mehr in den Medien erschienen ist. Als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich das immer wieder weggeschoben von mir, weil ich dachte, das hat mit mir nichts zu tun, das passt irgendwie nicht. Ich mag es auch eigentlich nicht, wenn man so einen Stempel aufdrückt, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass manchmal so ein Stempel einfach für eine Weile ganz hilfreich sein kann, um mit einer Sache klar zu kommen, die man vorher gar nicht verstanden hat. Genauso wie ich es eigentlich nicht für richtig halte, ständig mit dem Stempel zuckersüchtig rumzulaufen. Aber für eine gewisse Zeit, um der Sache irgendwie auf die Schliche zu kommen und das irgendwie zum Halten zu kriegen, also es fassen zu können, in der Zeit halte ich das für ganz hilfreich. Ja, Hochsensibilität. Warum habe ich gedacht, dass das nichts mit mir zu tun hat? Ich habe immer gehört, dass man dann extrem übersensibel ist und dass man nicht gut mit Leuten umgehen kann. Also das heißt, nicht gut mit vielen Leuten auf einem Platz zusammen sein kann, ziemlich schnell ausgelaugt ist und überhaupt sehr angespannte Nerven hat. Und das passte für mich irgendwie nicht. Es sind einige Eigenschaften der Hochsensiblen, die einfach nicht zu mir passen. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich nicht introvertiert bin, sondern eher extrovertiert und dass ich ganz gerne mit Menschen zusammen bin und dass ich mit meinen Programmen, mit all dem, was ich in meinem Leben erlebt habe, einfach sehr gerne immer bei anderen Menschen angedockt habe und mit denen zusammen war, um mich spüren zu können. Das passte also nicht so sehr mit Hochsensibilität zusammen. Als ich mich dann aber mal mehr damit beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, dass das gar nicht so alles über einen Kamm zu scheren ist, sondern dass es ganz viele verschiedene Arten von Hochsensibilität gibt. Also dass es körperlich sein kann, also diese Geschichte, dass man dieses Schild hinten im Nacken von Pullis verrückt macht. Das kenne ich so gut. Oder dass überhaupt Stoffe sehr stark auf der Haut jucken. Oder dass Leute nicht gut mit lauten Tönen umgehen können. Also dass man einfach im Hörgebereich sensibilisiert ist. Dass die Augen sehr empfindlich sind. Meine Augen sind sehr lichtempfindlich. Und ich neige schnell dazu, mir eine Sonnenbrille aufzusetzen, weil ich nicht gut mit hellem Licht umgehen kann. Und manche Leute sind einfach beim Essen auch hochsensibel. Die können einfach nicht viel vertragen. Also das Feld von Hochsensiblen ist sehr groß. Man sagt ungefähr, dass 20 Prozent der Bevölkerung das haben. Und so wie ich das mittlerweile beobachte und wie ich beschlossen habe, dass ich die Sache ansehen werde, ist, dass ich denke, dass wir das alle sind. Dass bei manchen, also bei diesen 20 Prozent, aber einfach eine Menge andere Kanäle noch aufgeblieben sind. Und wo ich Kanäle sage, fällt mir auf, dass natürlich im Bereich der Hochsensibilität es auch dieses ganz, ganz große Feld gibt, was natürlich auch mit Esoterik und Spiritualität überlappend ist. Und dass da auch ganz viele Leute hochsensibel sind. Und dass das vielen Leuten ja dann auch wieder in die Quere kommt, die sich damit gar nicht beschäftigen wollen mit so einem Thema. Ich dachte, dass das nichts mit mir zu tun hat, weil ich bestimmte Anforderungen oder bestimmte typische Eigenarten von Hochsensiblen nicht erfüllen konnte. Aber als ich das dann genauer betrachtet habe, habe ich bemerkt, da sind aber doch schon einige Sachen. Zum Beispiel, dass ich über die Jahre irgendwann aufgehört habe, morgens mit der Bahn zur Arbeit zu fahren, weil ich das große Leid in der Bahn nicht mehr ertragen konnte. Diese vielen Menschen, die einfach schlecht gelaunt waren und denen es einfach überhaupt nicht gut ging. Ich habe das einfach wie aufgenommen, wie ein Schwamm und habe das dann den Vormittag mit mir rumgetragen. Und als ich dann entschieden habe, okay, ich fahre nicht mehr mit der Bahn, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad, ist das sehr viel lockerer geworden für mich. Dann habe ich gespürt, wie ich, wenn ich abends nach der Arbeit durch die Fußgängerzone gefahren bin, dass ich mir da ganz häufig auch, übrigens das waren Bereiche in der Fußgängerzone, wo man mit dem Fahrrad fahren durfte. Also ich bin da nicht verboten durchgefahren und habe deswegen ein komisches Gefühl bekommen, sondern es war ein Fahrradweg durch die Fußgängerzone, wo aber viele Leute unterwegs waren nach Feierabend. Und ich habe ganz häufig gemerkt, dass ich genau nach diesem Stück Fußgängerzone, dass ich meine Stimmung verändert habe. Also ich habe einfach Stimmung von anderen Menschen aufgeschnappt und die getragen sozusagen. Das ist ein Teil von meiner Hochsensibilität. Ja, und da kommen wir dann auch gleich zum Thema Essen und wie sich Hochsensibilität auf Essen auswirken kann. Vielleicht kennen einige von euch diese Sache, dass man abends auf eine Party geht und man hat eigentlich schon gegessen und dann steht da so ein Menü und dann kann man und kann man und kann man nicht die Finger davon lassen. Man muss immer weiter essen. Das beschreiben mir einfach wahnsinnig viele, dass es sehr, sehr schwer fällt, die Finger von dem essen zu lassen, während man sich mit anderen Menschen unterhält. Ja, warum ist denn das so? Wie gesagt, viele meiner Teilnehmer, die berichten von diesem Problem, dass sie nicht die Finger lassen können vom Essen und ich beobachte das seit fünf Jahren in meinem Programm immer wieder und immer wieder. Und ich habe das mit der Zeit also jetzt schon lange beobachtet und ich habe da so meine eigene Theorie dazu, die sich ganz, ganz häufig wiederfindet, wenn ich davon erzähle. Übrigens, das Programm, wenn euch das interessiert, Endlich Zuckerfrei, Intensiv, das startet am 4. Juni wieder. Das Programm für Leute, die ein bisschen größeres Problem mit Zucker haben und gerne davon loskommen wollen. Leute, die denken, dass sie zuckersüchtig sind, die das Gefühl haben oder Leute, die einfach mehr an Zucker hängen, als ihnen lieb ist. Die sind alle willkommen in meinem Programm. Wie gesagt, wir starten am 30.06. und gehen gemeinsam nach einer Vorbereitungszeit in eine zuckerfreie Zeit. Und in dieser Zeit werden euch so einige Lichter aufgehen, warum ihr so gerne Zucker esst und warum ihr so schlecht davon die Finger lassen könnt. Unter anderem ist eins dieser Dinge, die ich jetzt heute in diesem Podcast beschreibe. Ja, wenn du dich berufen fühlst, wenn du denkst, dass dieses Programm eine gute Hilfe für sein könnte. Ich kann dir nur sagen, wird es sein. Es läuft einfach schon so lange erfolgreich. Dann schau drauf, dass du dich noch anmelden kannst. Es ist noch Zeit bis zum 4.06. insofern noch Plätze frei sind. Und ich würde mich freuen, wenn du dabei sein möchtest. Alle Infos dazu werde ich unter dem Podcast notieren. Ja, warum ist das so? Warum kann man so schlecht auf einer Party die Finger vom Essen lassen? Und was hat das alles mit Hochsensibilität zu tun? Also entweder ziehe ich ganz viele Hochsensible an, weil ich selber hochsensibel bin, oder es hat wirklich was mit dem Essen zu tun. Und ich denke, es ist so eine Mischung aus beiden. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass man als Hochsensibel ganz schnell in die Stimmung von anderen Menschen rutschen kann. Das heißt, man guckt die an, man kommt in einen Raum und man fühlt, dass da irgendwas los war gerade. Oder man fühlt, dass es jemandem nicht so gut geht. Man kann einfach ziemlich gut die Emotionen von anderen Menschen über andere Kanäle mitbekommen als nur über Sprechen. Und da kommen wir zu dem Punkt, wo ich denke, dass wir das alle als Menschen haben, dass bei Hochsensiblen einfach diese Kanäle ein bisschen weiter offen sind. Also das Talent ist vielleicht ein bisschen größer oder es ist noch nicht ganz so geschlossen worden wie bei Menschen, die nicht hochsensibel sind. Warum das so ist, dafür kann ich vielleicht eine extra Folge mal machen. Dazu habe ich auch meine Auffassung und meine Erfahrung gemacht, womit das zusammenhängen kann. Aber das wird jetzt vielleicht zu weit gehen. Ja, meine Beobachtung. Hochsensible verlieren sich ganz häufig in anderen Menschen. Das heißt, du gehst auf eine Party, hörst dazu, was da los ist und spürst die Gefühle der anderen Menschen und versuchst dir für die einen Kopf zu zerbrechen oder versuchst für die eine Lösung zu finden. Oder du spürst deren Gefühle oder du machst dir Gedanken, was die vielleicht über dich denken gerade. Das heißt, du bist mit deiner Aufmerksamkeit komplett bei deinem Gegenüber und nicht mehr bei dir. Und da kommen wir zu dem Problem. Wenn keiner mehr bei dir ist, wenn du komplett mit deiner Aufmerksamkeit bei den anderen bist, dann ist bei dir niemand mehr zu Hause. Dann ist niemand mehr für dich da. Und das Gefühl ist einfach furchtbar. Das ist kein gutes Gefühl. Dafür sind wir nicht geschaffen. Wir sind dafür da, dass wir in unserem Körper sind. Und wenn wir in unserem Körper sind, dann fühlen wir uns auch gut. Das war eine Erkenntnis. Dafür musst du dich richtig alt werden. Naja, ist ein bisschen übertrieben, aber dafür müsste ich erstmal einige Jahre auf diesem Planeten verbringen, bis ich diesen Zusammenhang gecheckt habe. Ich wusste nicht, dass es so etwas geben kann, wie man es nicht mehr im Körper ist. Es fühlt sich bei mir ungefähr so an, als ob meine ganze Aufmerksamkeit oberhalb meines Kopfes ist. Und ich wie, als ob ich meine Füße und Beine gar nicht mehr richtig spüren kann. Außer ich stoße mich oder ich schneide mich oder ich stolpere. Dann bekomme ich wieder Aufmerksamkeit für meine Füße oder für meine Finger. Dann tut es ja auch weh. Es ist vielleicht auch eine Hilfe, die mir gegeben wird, damit ich wieder in meinen Körper rutschen kann. Aber ich habe ganz, ganz viele Jahre außerhalb meines Körpers verbracht, sozusagen. Also mit der Aufmerksamkeit war ich einfach immer nur am Kopf oder auch darüber. Genau. Und wenn das so ist, dann fühlt sich der Körper einfach nicht so gut an. Ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, dass sich der Körper nach dem Sport so gut anfühlt, weil man dann einfach alles bewegt hat. Und man ist mit der Aufmerksamkeit überall im Körper. Und das ist einfach ein, das beschreibt man manchmal auch mit Erdung, dieses Gefühl. Es ist ein sehr angenehmes, geborgenes, heimliches Gefühl. Und viele Hochsensible verlieren dieses Gefühl sehr häufig, wenn überhaupt sie es vielleicht auch gar nicht fühlen können im Tag. Das war ein komischer Satz. Also viele Hochsensible haben ganz häufig gar nicht das Gefühl, dass sie in ihrem Körper sind, ohne es zu wissen. So, und wenn das passiert, was kann man machen? Es gibt viele Möglichkeiten, um wieder zurück in den Körper zu kommen. Man muss aber wissen, dass es sich darum handelt, also dass das Problem ist. Man muss also bewusst werden. Jetzt ist es so, dass die Leute, die mit diesem Problem kämpfen und die Lösung, ich esse dann, diese Lösung gewählt haben, die landen bei mir. Also es ist nicht so, dass jeder Hochsensible, weil er außerhalb des Körpers ist, großartig viel isst. Nein, es gibt aber eine Gruppe unter den Hochsensiblen, die sich als Hilfe Essen holen, um wieder in ihren Körper zu rutschen. Und das ist, das geschieht ganz häufig auf einer relativ unbewussten Ebene. Die sagen sich ja nicht, okay, ich kaue jetzt und schlucke, damit ich mich wieder fühlen kann. Nein, die spüren einfach, wenn sie kauen und schlucken und der Bauch so stark gefüllt ist, dass er richtig spannt, dann können sie ihren Körper und ihre Grenzen wieder besser spüren. Das ist eine super Hilfe, das funktioniert total gut, wenn das nicht häufig damit verknüpft werde, danach wieder ein schlechtes Gewissen und schlechte Laune zu bekommen. Und häufig wählt man ja in dem Fall nicht unbedingt Lebensmittel, die jetzt dafür da sind, dass man mit Energie versorgt wird, sondern es sind ja häufig dann ja die nicht so gesunden Lebensmittel, die man in dem Moment wählt. Und das hat dann zum Teil auch die Gründe danach, dass man sich nicht so gut fühlt. Also die Möglichkeit zu essen, zu kauen, zu schlucken, und den Bauch voll zu füllen mit Essen hilft dir, wieder zurück in den Körper zu kommen. Und das ist an sich erstmal ein gutes Gefühl. Es gibt aber eine Menge andere Möglichkeiten, deren du dich bedienen kannst, wenn du wieder zurück in deinen Körper möchtest. Und zwar sind das Dinge wie raus in die Natur gehen, das was überall besprochen wird, sich zu erden, Bäume anzufassen, die Hände auf den Rasen zu legen oder richtig in der Erde zu wühlen oder barfuß draußen rumzulaufen. Die können dich wieder mit der Natur in Verbindung bringen und gleichzeitig auch mit deinem inneren Kern. Dann kannst du dich bewegen, duschen, unter Wasser stehen, hilft mir zum Beispiel ganz gut. Atmen, bewusstes Atmen kann gut helfen. Oder ganz bewusst durch den Körper gehen mit Aufmerksamkeit. Kann ich meine Füße spüren? Kann ich meine Waden spüren? Kann ich meine Knie spüren? Und dann so bis zum Kopf hochgehen. All das kann helfen, dass du wieder zurück in den Körper kommst. Es ist nur ein Weg von dieser Lösung Essen wegzugehen und dann diese andere Lösung zu wählen, weil ganz häufig will man sich dieser schnellen Lösung bedienen, die ja funktioniert und die man seit Jahrzehnten nutzt. Da muss man manchmal schon sehr diszipliniert sein, um dann zu sagen, okay, ich will das jetzt nicht nutzen, ich will eine andere Lösung wählen. Und wenn die Situation gerade besonders fordernd ist, dann wird man sehr häufig sagen, okay, ich will doch noch die alte Lösung. Und das wird nicht so bewusst passieren, wie ich das gerade gesagt habe, sondern das passiert dann automatisch und dann findet man sich plötzlich wieder und hat die ganze Packung Schokolade aufgegessen. Aber mit der Zeit kann man in dieser Richtung sehr viel lernen. Es geht darum, immer häufiger diesen Gedanken zu haben, okay, eigentlich, was ich jetzt brauche, ist Rückzug in meinen eigenen Körper und nicht das Essen. Ich kann das anders lösen. Und noch besser hilft natürlich das Klopfen, meinen Joker schlechthin, mal zu gucken, warum man so häufig aus dem Körper rausrutscht. Was ist denn eigentlich der Grund dafür? Was fehlt mir denn eigentlich? Warum habe ich Probleme damit, mit mir selbst in Verbindung zu gehen? Wovor habe ich Angst? Was könnte da aufgedeckt werden im Inneren? Was ist denn das große Problem? Und das kann man dann klopfen und in Ordnung bringen. Ja, so, jetzt haben wir schon wieder eine ganze Weile hier zusammen verbracht. Ich will ja immer kurze Podcasts machen und die Themen eigentlich nur so ein bisschen anreißen um dich auf neue Gedanken zu bringen oder neue Impulse zu bringen, in welche Richtung du weiter gucken kannst. Und wenn du den Eindruck hast, dass Hochsensibilität und emotionales Essen für dich eine Rolle spielt, dann kann ich dich nur ermutigen, dich in der Richtung ein bisschen weiter zu informieren. Und wie gesagt, wenn du gerne mehr von mir davon hören willst, dann komm doch einfach in das Endlich Zuckerfrei-Programm, das am 4.6. startet. in dem werde ich nämlich ganz bestimmt sehr viel mehr über diese Dinge erzählen. Also, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über euch. Ich freue mich über eure Rückmeldungen und freue mich darauf, euch nächstes Mal hier wieder zu treffen. Ach so, eins habe ich noch. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr wisst, jemandem, dem dieser Podcast weiterhelfen könnte, dann empfehlt ihn doch bitte weiter. und ja, ebenfalls, wenn er euch gefällt, dann schreibt mir doch eine positive Bewertung auf iTunes. Vielen Dank. Ciao. 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 Ciao.